1, 2, 3 Nice Scheiße, ey 2, 3 Wir können es sein, wir sind super Hallo Leute, heute machen wir eine Challenge und zwar die Sniper Challenge Wenn wir eine Sniper finden, aber andere Waffen im Inventar haben, müssen wir alle Waffen weglegen Also derjenige, der die gefunden hat Ich zum Beispiel finde jetzt eine Sniper und habe eine Pumpgun Die Pumpgun muss ich weglegen und dann die Sniper nehmen Ähm, Mino Das ist Mino Hallo Ähm, Mino darf seine Waffen behalten Tja, wir müssen versuchen, einen Sniper zu finden Wir überlegen uns im Spiel währenddessen eine Strategie Und gucken mal, ob sie funktioniert Okay, in 5 Sekunden können wir rausspringen Wo wollen wir denn hinspringen? Really? Okay, oui Ich habe zwar keinen YouTube-Kanal, aber ich werde vielleicht öfters mal bei Santi mit in einem YouTube-Video sein Oh, guck mal, hier ist ein Haus Bild Oh, die blaue Fahne Ist auch eine Waffe für mich Nee, nicht so Die Minigang Hast du auch Mini-Muni? Minigang-Muni Ich glaube, ich weiß, wo ist das? Ich weiß, wo ist das? Da einmal keiner! Lass mich raus! Was war das hier? Oh, okay, ich würde sagen, wie gehen wir hin? Suchen wir einen Sniper oder suchen wir keine? Wir suchen einen Sniper Ich will meine Waffen aber nicht ergeben, ne? Ich auch nicht Okay, Mino, du gehst vor Ich habe keine Lust, einen Sniper zu finden Also wir gehen in keine Häuser mit Obwohl, doch, wir gehen in die Häuser, aber du gehst vor Mino, du musst bei mir bleiben Warte, ich will... Du musst bei mir bleiben Ich will gucken, ob da eine Waffe drin ist Oh, jetzt beide Nein Das ist eine Leiter, die nicht funktioniert Hallo Ich bin raus hier Hallo! Hey, Santi, jetzt musst du bei mir bleiben Aber jetzt nicht, ist das so eine Waffe? Oh, Scheiße Ja, auch schon gemerkt Was ist das da die ganze Zeit? Ein Drift, da können die Leute von oben sehen Ich lasse keine Sniper drum bringen Ich weiß nicht Ach, da kann ich aber wohl nicht zu Oh, da ist eine Kiste Bitte sei denn ein Sniper drum sein? Wenn nicht, was soll ich wegwerfen? Die Diegel anstatt das Sturmgewehr Und dann halt das wegwerfen Gut, warum macht das was da wieder? Äh, sieht so geil aus mit so einer Diegel, so BAM Sag doch mal Beine, wenn ich wegläufe Mhm, sagt der Richtige Das geht's ab Dann ging gerade ab Gehen wir runter? Was war denn das? Schüsse, sehr viele Oh, da kommt nicht los Nicht abschütteln Aber was, wenn da ne Sniper drin ist? Ja, deswegen bleib ich ja hier Okay, dann geht's Heavy Beine Begreifer Ja Oh, so Oh, fuck Was machst du, ey? Okay, ich will auch was ich mache Okay, also ich will auch was ich mache Wie ging das? Erster Versuch Ist gescheitert Wikingerdorf Wir sind breezy Nein, wir sind breezy Hey Mann, jetzt habe ich keine Waffe Warum gibst du mir die schlechte ohne Muni? Oh doch, ist Muni aber 30 Ist hinter dem Wasserfall etwas? Ja, weißt du, sie sind geheime auf uns halt Kommst du mit? Wohin? Nach oben Ich muss ja den normalen Weg gehen Ich habe keinen Greifer Ah, das wäre jetzt ein bisschen Fast Wuhu Wettbeckkacken Ja, nicht mal ein einziger Schön Ist da keiner Weiß ich nicht Oh oh, Santi, wenn da wirklich einer ist Da ist einer Wann? Wann? Was war denn jetzt das Problem? Kein Plan Das war es mal wieder mit diesem Video Ich hoffe, es hat euch gefallen Ein Ja, lasst ein Like da Und ein Abo Wenn ihr mehr von ihm wollt, dann schreibt es in die Kommentare Und ich hoffe, wir sehen uns weiter Ja Tschüss Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützen würdet Ja, schau dir mich mit einem Abo unterstützen Ja, schau dir mich mit einem Abo unterstützen Ich hoffe, wir sehen uns mehr Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.